Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebus. In der letzten Folge haben wir mit Isaac gespielt und wir spielen jetzt wieder mit Isaac. Und ich habe Bock auf, weil wir vielleicht nichts gefunden. Das müssen wir jetzt auch behalten, aus dem einfachen Grund, dass wir es behalten müssen. Ich habe diese Ebene jetzt schon gemacht. Ich war hier, habe Ipecac gefunden, dann habe ich jetzt Ipecac, kann hier ganz tolle Explosionen machen. Dann musste ich einen Schlüssel suchen, musste die ganze Ebene abklappern, bis halt vor dem Boss. Und dann konnte ich endlich auch in diese Bibliothek rein und habe hier Book of Revelations gefunden. Denn mein Ziel heute ist es, ein Super Meat Boy oder eine Bandage Girl zu erstellen. Und die beste Taktik dafür ist ja anscheinend ein, nehmen wir auch mal mit, das Book of Revelations zu haben. Und das haben wir jetzt. Und hier sollte irgendwo noch ein Herz sein, hä? Wo ist denn hier bitte ein Herz? Guck, wenn ich rausgehe, dann steht da, da ist irgendwo ein Herz. Bin ich gerade blind? Wo ist denn hier ein Herz? Da ist ein Herz. Wie ist das denn da hinten hingekommen? Okay, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Batterie, können wir auch nochmal mitnehmen. Haben wir schon mal vier Herzchen. Und dann, weil wir Book of Revelations jetzt so oft eingesetzt haben, müsste der Boss jetzt eigentlich ein Horseman sein. So die Theorie. Und hoffentlich so auch die Praxis. Wir werden es gleich sehen. Und ja, IPCack ist natürlich auch nicht so schlecht. Ich habe schon die ganze Zeit immer resettet, bis ich endlich mal dieses Book of Revelations gefunden habe. Habe halt immer resettet, bis ich irgendwie einen Shop oder so gesehen habe. Und dann die Ebene nachgeguckt, ob da vielleicht irgendwo auch noch ein zweiter Shop sozusagen ist. Also noch ein Raum, wo man irgendwie einen Schlüssel braucht. Weil ich dann wusste, aha, das ist also eine Bibliothek. Genau, das hat richtig lang gedauert. Aber jetzt habe ich es wenigstens. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt auch irgendwie eine Super Bandage Girl oder sowas. Und was ich hier gerade mache, ist noch nach einem Super Geheimraum zu suchen, weil ich den noch nicht habe. So, der kann quasi gar nicht mehr so viel schnell sein. Der müsste dann hier rechts sein. Auch nicht, okay. Kann der im Shop sein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall tue ich mir erst mal selber weh. Warum nicht? Hä? Dann muss er hier sein, oder wie? Okay, anscheinend gibt es keinen Super Geheimraum, oder was? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe eigentlich überall geguckt. Ist ja denn die Träne hier hat nicht richtig geprockt, aber eigentlich schon. Keine Ahnung. Holen wir uns noch ein blaues Herz. So. Sehr cool. Und das gibt keinen Super Geheimraum. Na gut. Da habe ich doch aber auch schon geguckt, oder? Ich habe eigentlich wirklich schon überall geguckt. Keine Ahnung. Okay, die Ahnung. Habe ich den schon? Dann weiß ich das wirklich nicht. Und wir kriegen Femmen. Das ist also unser erster Cube of Meat. Oder unser erster Ball der Bandagen. Ball der Bandages. So, perfekt. Cube of Meat. Okay. Wir versuchen also einen Super Meat Boy zu erstellen. Sollte nicht so schwer werden mit unserem Buch. Aber es kann natürlich jederzeit ein Headless Horseman oder ein Conquest kommen. Also Conquest erst im Womp oder so. Oh. Oh. Aber davor halt immer der Headless Horseman. Und wenn der kommt, dann ist das schon wieder zunichte gemacht worden. Denn wir müssen insgesamt vier Cube of Meat finden, um einen Super Meat Boy zu erstellen. Genau. Das ist unser Ziel für heute. Liebe Kinder. Und dieses Ziel werden wir hoffentlich erreichen. So. Oh nein. Ah. Ich habe mich wirklich kurz erschrocken, dass ich eben getroffen wurde. Naja. So. Au. Oh mein Gott. Gut, dass wir den Cube of Meat haben. So. Noch ein bisschen Geld. Können wir auch mal mitnehmen. Und kleine Spinne. Gut. So. Die ganzen Vasen machen wir natürlich auch kaputt. Auch wenn da nur Gegner drin sind. Oh. Guck. Ein bisschen Geld. Wie viel Money. Wie viel Money für uns. Und noch ein paar Gegner. Von denen wir mal kurz flüchten. Und wir holen uns den Kompass. Warum nicht? Das blaue Herz ist eigentlich auch ganz cool. Und den Schlüssel hätte ich auch gern. Lässt du uns bitte Geld da? Nein. Auch nur Gegner. Na gut. Na gut. Na gut. Dann mache ich halt diese Vase kaputt. Wo kein Geld drin ist. So. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass wir in jeder Ebene einmal unser Book of Revelations einsetzen. Weil dann kommt auf jeden Fall ein Horusman. Genau. Das. Darauf müssen wir achten. Dass wir nicht zu schnell zum Boss gehen oder so. Und dann sollte das recht gut klappen. So. Und mit Alperkeck haben wir auch genug Schaden. Das freut mich eigentlich. Nur Marm wird ein bisschen blöd mit Alperkeck. Aber sonst. Der Rest sollte ganz angenehm sein. Vor allem weil wir eben noch ein Damage abgefunden haben. Durch den Small Walk. So. Damit können wir das einmal einsetzen. Haben wir den goldenen Raum schon? Ja. In dem wir aber noch nicht drin waren. Weil uns anscheinend ein Schlüssel fehlte. Der uns jetzt nicht mehr fehlt. So. So. Was? 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 Der kann trotzdem kommen. Obwohl wir unser Book of Revelations eingesetzt haben. Oh. Was ist das denn? Blöder Keller. Kann ich jetzt überhaupt noch einen Super-Meet-Boy erstellen? Ich weiß es nicht. Ein paar Ebenen haben wir ja noch. Und vorgegeben ist ja glaube ich nur Marm. Marms Herz. Und andere. Aha. Noch ein bisschen Schaden. Aber unser Schaden ist schon voll. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich beides nicht. Nö. Nehmen wir nicht mit. Bad Trip. Okay. Dann gehen wir einfach auf Devil. Äh. Auf Angel Deals. Vielleicht kriegen wir ja noch den Godhead irgendwie. Man weiß ja die. Und. Dann. Nehmen wir noch eben den Schlüssel mit. Aus dem Shop. Äh. Da. Jetzt hätte ich aber auch gerne die Batterie noch. Hm. Aber warum war das jetzt kein Horseman? Einfach nur weil es Keller war. Und Keller 2 ganz oft dieser blöde Hound ist. Oder wie? Weil eigentlich habe ich doch Book of Revelations eingesetzt. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Och Mann. Okay. Ja. Und unseren Würfel haben wir halt auch nicht mehr dabei. Weil wir halt das Ding mitnehmen müssen. Das kleine Buch. Genau. So. So. Okay. Aber dieser Schaden ist jetzt schon richtig, richtig krass. Ach stimmt. Wir haben auch eben noch einen Old Stats abbekommen. Deswegen sind wir jetzt auch so groß. Oha. Okay. Kann man machen. Wenn man will. Aber es ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir keinen Horseman hatten. Als Boss. Die Tourfahrt. Okay. Kann man auch mal mitnehmen. Und dann haben wir hier alles außer den Geheimraum mit. Okay. Geheimraum können wir natürlich auch ganz einfach finden mit Ipe Kick. Sollten wir also auch machen. Weil da fehlen uns ja auch noch ein paar Items. Also warum nicht nachgucken? Da oben könnte ein super Geheimraum sein. Da auch. Da ist er auch. Und ein Gabi-Item. Nicht. Okay. Dann fehlt noch der normale Geheimraum. Der könnte da unten sein. Wo könnte er sonst noch sein? Da haben wir eben schon geguckt. Da unten. Okay. Nur eine Batterie. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Und dann. Können wir diese Ebene auch verlassen. Ja. Und kriegen hoffentlich in der nächsten Ebene ein Horseman. Aber lass mal kurz überlegen. Wenn wir jetzt. Wir sind jetzt in der dritten Ebene. Wir haben schon ein Cube of Meat. Dritte Ebene. Das wäre der zweite Cube of Meat. Vierte Ebene wäre der dritte Cube of Meat. Fünfte Ebene. Ja. Doch. Könnt hinhauen. Vor allem weil wir in The Womp auch noch ein Horseman bekommen. Also. Alles noch im Lot. Wenn der nächste Gegner denn jetzt auch hoffentlich. ein Reiter der Apokalypse ist. Werden wir sehen müssen. Warte. Wir gucken noch kurz ob da der Supergeheimraum ist. Okay. So. 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 Und. Wir haben natürlich auch die Chance auf Angel Deals. Weil wir eben den Devil Deals nicht mitgenommen haben. Wir haben ihn uns angeschaut. Aber nicht mitgenommen. So. Was haben wir hier? Shielded Tears. Bringt das was? Auf unseren Dingern? Ich will das ehrlich gesagt mitnehmen. Nehmen wir mit. Shielded Tears. Okay. Die sind jetzt auch geschildet. Und wir gucken cool mit dem einen Auge. Aber ob das jetzt wirklich was bringt. Eigentlich machen die Shielded Tears ja Projektile abfangen. Aber mit Eipelkeck. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ach. Sehen die jetzt witziger aus. Und wir haben ein Item mehr. Ist ja auch was schönes. Okay. Kriegen wir was? Eine Münze. Oh. Gibt besseres als Münzen. Aber warum nicht? Und mir wurde in der letzten Folge wieder gesagt. Dass diese Karten. Die in den Räumen sind. Schon vordefiniert sind. Und höchstens. Oder auch fast immer. Eine Magician Karte ist. Deswegen schauen wir mal. Diesmal ist es Death. Stimmte die Information also für wieder nicht. Aber es ist mir eigentlich auch schon aufgefallen. Weil diese Karten sind schon. Ziemlich ziemlich häufig. Ja. Nehmen wir mit. Ähm. Eine Magician Karte. Das stimmt eigentlich. Aber diesen Fall wieder nicht. Also. Keine Ahnung. Der Kommentar meinte halt. Dass es sich dann eigentlich nur lohnt. Wenn man nach den roten Karten dann guckt. Aber. Jetzt ist es ja wieder eine Death Karte. Ach. Keine Ahnung. Isaac verwirrt mich. So. Natürlich gehen wir auch noch in den großen Raum. Aber auch wenn wir abkürzen hätten tun können. So. Und du auch noch. Und du auch noch habe ich gesagt. Du auch noch habe ich gesagt. Jetzt stirb endlich. Gut. Können wir nochmal unsere Book of Revelations einsetzen. Jetzt sollte ja wohl die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch sein. Eigentlich sollte man das nur einmal einsetzen müssen. Book of Revelations. Und dann. Soll. Auf jeden Fall. Ein. Reiter da sein. Aber vielleicht ist das wirklich einfach nur im Keller. Dass das. Dass der Keller doof ist. Der Keller ist doof. Wusste ich es doch gleich. Ich habe es immer gesagt. Dass der Keller doof ist. Aber keiner hat mir geglaubt. So. Was haben wir hier? Die Bibel. So. So. Die Bibel also. Gut. Wir holen uns den Schlüssel. Weil wir zu wenig Schlüssel haben. Und die Batterie. So. Cool. Was haben wir hier? Nur ein paar Explosions-Fliegis. Beziehungsweise herzlose. Und den Geheimraum. Den Supergeheimraum. Mit Pillen. Solange mich da. Battery, battery, battery. Okay. Ist nice. Warum nicht? Einfach mal volle Leben haben. Solange da keine Telepille bei ist. Die mich irgendwie in den Geheimraum teleportiert. Ist das ja auch alles gut. Und. Oh nein. Wir haben Amnesia. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Gut. Dass der Boss nicht so weit weg war. Der war hier gleich links. Glaube ich. Hoffe ich. Ah. Was? Na geil. Die Schilde Tiers bringen noch weniger. Habt ihr gesehen? Ich habe eben die Schilde Tiers eingesetzt. Als er geschossen hat. Und dann ist halt die Träne. Also mein Eiferkeck. Ist dann an deren Träne kaputt geschält. Da. Toll. Dann kann ich mich ja noch mehr selber treffen. Das ist ja blöd. Okay. Es ist ein Reiter. Und zwar auch ein richtiger. Das heißt wir werden unseren zweiten Cube of Meat bekommen. Hundertprozentig. Yep. Und kriegen sogar noch einen Angel Deal. Wo hoffentlich der Gotthead drin ist. Ne. Aber ein Lebensabgrade mehr. Okay. Machen wir auch. Dann besiegen wir noch kurz den Engel. Der Weiße sogar. Wieder der schwächste Engel. Der kann ja nix. Der kann ja nix. Der kann aber nur einen Strahl machen. Den hatten wir ja letztes Mal auch schon. So. Kriegen wir unseren Schlüssel. Und damit ist die Chance jetzt nochmal höher. dass wir in der nächsten Ebene auch ein Angel Deal bekommen. Gut. Dann können wir wenigstens auf zwei Sachen gehen. Also Angel Deals und äh Super Meat Boy. Das ist ganz schön. Setzen gleich schon mal unser Buch ein. damit wir das nicht vergessen. Und nicht irgendwie. Äh. Ja. Damit wir das nicht vergessen. So. Und damit wir keine Aufladungen verschwenden. Natürlich. So. Sind die auch weg. Kriegen sogar noch einen Schlüssel. Das ist sehr gut. Den können wir gleich einsetzen. Um diese goldene Truhe aufzumachen. Wo Treubom und noch ein Schlüssel drin ist. Okay. Den nehmen wir gerne mit. Und dieser Raum ist schon wieder richtig blöd. Ich hasse diese diesen Raum hier. Immer dasselbe. Man wird immer getroffen wenn man nicht fliegen kann. So. Das blaue Stein. Den werden wir auf jeden Fall gleich mitnehmen. Nachdem wir kurz die Gegner besiegt haben. So. Jetzt kriegen wir Bombis und ein blaues Herz. Okay. Ja. Wir haben so viele Herzen. Dann können wir auch mal hier reinschauen. Hoffentlich ist jetzt unser Angel Deal nicht weg. Oh oh. Da bin ich mir ja auch nicht so sicher. Ob man in diese Stachelräume reingehen darf. Und trotzdem noch ein Angel Deal bekommt. Denn Stachelräume sind böse. Denn da muss man ja auch irgendwie ein Leben opfern. Um reinzugehen. Okay. Wow. Rosary. Belt. Rosary. Rosary. Drei blaue Herzen für uns. Die wir gar nicht einsammeln konnten. Weil wir eh schon genug Leben hatten. Aber gut. Haben wir das auch. Was kriegen wir hier? Noch mehr Geld. Die kriegen wir auch da irgendwie raus. Mit Ipecac ist das kein Problem. So. Perfekt. Zwei Schlüssel. Geilo. Geilo. Und wir haben schon einen kleinen Super Meatball Kopf. Der mitschießt. Der aber wahrscheinlich nicht so viel machen wird. Weil wir eh immer nur einmal schießen. So. Ah doch. Da hat er eben getroffen. Habt ihr gesehen. Hat uns geholfen. Und noch mehr Geld. Ja gut. Ich glaube wir brauchen kein Geld mehr. Aber so ein bisschen Geld zu haben. Ist ja auch nicht schlecht. So. Noch ein Schlüssel. Okay. Schlüsselprobleme haben wir jetzt eigentlich keine. Ja gut. Wir haben drei Schlüssel. Also könnten noch mehr werden. Aber. Was war das? Es liegt auf dem Boden. Das heißt. Das ist Mom's Pearl. Blaue Herzen. Aber. Vielleicht bringt Luck ab. Ja. Vielleicht bringt es ja. Dass das Horsemans kommen. Und nicht diese anderen Dinger. Oh. Das ist schlecht. Die Schildetiers sind schlecht. Also nehmt nicht Schildetiers mit. Wenn ihr Ipecac habt. Das ist eine sehr schlechte Idee. Das bringt nichts. Außer dass ihr euch selber wehtut. Wieso. Jeder zweite Raum ist ein anderer. Warum? Warum? Gehört das so? Wahrscheinlich. Okay. Dann haben wir jetzt in der fünften Ebene wahrscheinlich gleich. Noch ein Reiter. Kriegen kein Angel Deal. Das ist ja gerade doof. So. Wir sind ja jetzt in der fünften. Ja. Fünfte Ebene. Heißt. Hier noch ein Reiter. Das wäre dann der dritte. Und dann müssen wir in. Womp oder Utero. Noch einen bekommen. Und wenn da halt was anderes kommt. Oder ein. Ein Mr. Fred. Der kann dann natürlich auch kommen. Obwohl man Book of Revelations einsetzt. Dann. Hätten wir das nicht geschafft. Na gut. Ich hätte echt gedacht. Dass sie in jeder Ebene sein können. Aber anscheinend nur in jeder zweiten. Okay. Na gut. Dann hoffen wir einfach. Dass wir genug Glück haben. Wir haben zumindest den Lucky Toe. Also. Eigentlich haben wir Glück. Na immer noch nur ein Strich. Und ich weiß. Glück bringt nichts. Von wegen. Dass da Horsemans kommen oder so. Aber vielleicht. Bringt er uns ja heute doch Glück. So. So. Was ist das? Okay. Warum nicht? Wenn wir schon Eyepegag haben. Können wir auch gleich Bob Spray mitnehmen. Und wir kriegen irgendwie nur Greeds. Ja. Das nennt man Glück. Das nennt man Glück. Wenn man ganz viel Geld hat. Noch mehr Greeds bekommen. Wir haben genug blaue Herzen. Das heißt. Wir müssen die nicht aufsprengen. Du greifst uns nicht an. Danke. So. Geheimräume sollten wir trotzdem irgendwie mal suchen. Das vergesse ich immer. Ich finde Geheimräume nicht wirklich einladend. Also ich brauche sie nicht wirklich. Wow. Und deswegen werden sie öfters mal vergessen. So. Was haben wir da? Nochmal so Stars. Okay. Können wir für die nächste Ebene einsetzen. Können nochmal wieder ein bisschen Geld spenden. Ist auch immer ganz schön. Genug Geld haben wir. Wir haben immer noch genug Geld. Oh nein. Wieso dorfen wir nicht mehr spenden? Noch ne Karte. The World. Okay. Dann sehen wir wenigstens wo der eine Geheimraum ist. ist sogar der, den wir brauchen. So. Mit Bombis. Ja. Gut. Bomben brauchen wir jetzt zwar nicht spielen, aber ich nehm's gerne an. Okay. Hilfe. Ich werde garantiert getroffen. Ja. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben sowieso viel zu viele Herzen und werden auch viel zu viele Herzen bekommen. Und. Wow. Gut. Das heißt, wir kriegen unseren dritten Cube of Meat. Haben dann einen, einen Super Meat Boy. Einen kleinen Super Meat Boy. Das ist noch nicht der echte. Nicht der echte Super Meat Boy. Und dann müssen wir im U-Taro einfach nur noch einen bekommen und dann sollte das passen. So. Ein kleiner Super Meat Boy. Kriegen noch ein Leben. Schade. Godhead wäre schon cooler gewesen. So. Der Super Meat Boy. Verfolgerung ist die Gegner und, und frisst sie dann auf. Oder was weiß ich, was er macht. Auf jeden Fall macht er den Schaden. So. Guck mal. Jetzt können wir sogar zum Mega Satan gehen, wenn wir wollten. Und dann. Könnten wir noch kurz. Ne. Ach egal. Wir gehen einfach weiter. So. Komm. Lass mich weiter gehen. Ach. Geh auf. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt Marm besiegen. Und nach Marm bekommen wir dann hoffentlich das, was wir wollen. Und wir haben den Kompass. Brauchen wir den denn her? Haben wir den eben gekauft? Echt? Okay. Vielleicht auch immer. Haben wir halt den Kompass gekauft irgendwann mal. Und ich weiß es nicht mehr. Oh. Da war schon einer genau vor uns. Interessant. Ich glaub, Geld brauchen wir nicht mehr. Müssen wir nicht mitnehmen. Kann der nächste mitnehmen. Irgendein Bettler kann das ja finden. Und dann. Und dann ist er glücklich. Und dann gibt er sich selber was zu essen. Stimmt. Das ist eigentlich voll assig. Man gibt den Bettlern Geld. Sie kaufen sich davon Essen sozusagen. Und dann nimmt man deren Essen einfach mit. Also die Bettler hier im Spiel. Irgendwie ist das wirklich so. Du gibst dir Geld. Sie lassen dann da Essen liegen. Und du nimmst es einfach mit. Ja geil. Voll assig. Du gibst dir Geld, damit sie dir Essen holen. Ja. Obwohl sie es eigentlich selber bräuchten. Naja. So. Geheimraum haben wir noch nicht. Können wir also auch nochmal suchen. Das sollte ich eigentlich gleich in jedem Raum neu machen. In jedem Raum, in den ich komme. Gleich nur nachgucken, ob da irgendwo der Geheimraum ist. Da ist er. Und wir haben auch genug Schlüssel. Das heißt, wir können hier mal reinschauen. Kriegen immerhin eine Bombe, die wir nicht bräuchten. Und Child's Heart brauchen wir auch nicht. Brauchen wir alles nicht. Einen Automaten brauchen wir auch nicht. Geld brauchen wir auch nicht. Wir brauchen gar nichts. Wir sind rundum zufrieden. Ach. Hä? War hier nicht noch eben. Hä? War das echt hier unten? Ach. Sind wir durch Curse of the Maze da oben hingekommen oder wie? Okay. So. Ja. Curse of the Maze. Wir wissen, dass du da bist. Wir wissen, dass du... Okay. Er will anscheinend, dass wir hier mal reingucken. Machen wir das halt mal. Wenn Curse of the Maze das unbedingt von uns will. So. Und wo war der Boss da oben? Justice. Warum nicht? Und... Admiration Fly? Nee, Smart Fly. Oh, die Revenge Fly. Okay. So. Wir tricksen jetzt Curse of the Maze aus, indem wir da durchgehen. Oh, ha, 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 ha. Wir müssen eigentlich gar nichts machen. Eigentlich müsste das alles... Ja. Ah, verdammt. Wir müssen unser Meat Boy machen. So. Was haben wir hier noch? Eine Batterie. Zwei Trinkets nehmen können. Das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir die Pille noch mit, die hoffentlich keine Telepille ist. Okay. Yay, eine Liebespups-Pille. Und... Companionship. Gut. Companionship. Companionshipy. So. Gut. Dann wird das ja Marm sein auf jeden Fall. Das wissen wir ja. Für den... Boss-Weich sind wir zu langsam, aber macht nix. Da hinten kommen wir nicht hin. Hallo, Mutti. Die müssen wir jetzt leider... In echt besiegen. Ohne unseren schönen... Schönen Trick. Aber mit IP-Kick... Ist das ja kein Problem. So. Einmal noch herkommen. Willst du nochmal stampfen oder so? Nein? Okay. So. Nehmen wir wieder das Polaroid mit. Kriegen... Godhead. Schade. Kein Godhead. Was ist denn, wenn wir ihn jetzt nochmal besiegen? Was kriegen wir dann? Kriegen wir denn überhaupt irgendwas? Nö. Na gut. Nehmen wir wieder unser Book of Revelations mit. Und... Kriegen dann hoffentlich jetzt in der Ebene... Noch einen Reiter, der uns auch einen Cube of Meat gibt. Dann wäre ich glücklich. So. Ich setze schon mal... Mein Book of Revelations ein. Damit ich das nicht vergesse. So. Und wenn der Boss... Nein. Der Boss ist kein Double Trouble. Das heißt... Es ist auf jeden Fall ein Reiter. Jetzt ist nur die Frage, was es für ein Reiter wird. Ob es ein Headless Horseman ist oder ein Conquest. Ne, ein Conquest kann das glaube ich nur hier sein. In der Ebene. Oder ob es halt irgendeiner der anderen Reiter ist, der einen auch wirklich ein Cube of Meat gibt. Denn... Ähm... Wie heißt der nochmal? Conquest. Conquest gibt halt auch die Chance auf einen weißen Reiter einfach. Und ein weißer... Ein weißes Pferd wäre nicht cool. Dann könnten wir zwar fliegen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen einen super Beat Boy herstellen. So. Okay. Ähm... Ich setze lieber noch einmal Book of Revelations ein. Vielleicht haben wir dann noch eine größere Chance. Oh! Und kriegen noch einen Schwarzmarkt. Okay. Warum nicht? Dann... Werden wir natürlich auch nochmal in den Schwarzmarkt reingucken. Da hinten ist auch noch ein blauer Stein. Mit noch ein paar Schlüsseln. Sehr nice. Und... Was kriegen wir hier? Oh! Wie geil! Das habe ich mir so oft gewünscht. Ipekeck mit Monstrus Lunge. Geil! Geil! Geil, Omatico! Das war auch das Erste, was ich überhaupt von Isaac Revers gesehen habe. Diese Kombo. Diese Kombo. Nice! Endlich habe ich sie. Und... Es ist der Tod! Oh! Das ist so geil! Pow, pow, pow! Ja, wir haben jetzt ein Super Meat Boy! Oh, danke! Yay! Na? Hallo, Super Meat Boy, ich bin Monstro! Hi! Oh, er grinst schön. Er grinst schön. Ach, schön! So, hier würden wir noch fliegen bekommen. Okay, wir machen jetzt richtig, richtig viel Schaden. Gut, fliegen nehmen wir natürlich mit. Geil! Einfach nur geil! Nice! Okay, haben wir wenigstens eine Errungenschaft noch freigeschalten. Jetzt fehlt uns nur noch... Ähm... ...Halt alle Items zu finden und ein Bandage Girl herstellen. Allerdings kriegen wir für Bandage Girl keine Errungenschaft, aber... ABER... ...Wir brauchen eine Super Bandage Girl, damit wir... ...die Super Bandage finden können. Genau, aber jetzt haben wir schon mal ein Super Meat Boy. Sehr geil! Dass es auch gleich beim ersten Mal geklappt hat, ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Cool. Weil da braucht man wirklich ein bisschen Glück, weil alle Reiter halt irgendwie... Alter! Was geht ab? Äh, weil alle Reiter... ...halt die richtigen Reiter sein müssen. Wenn einer der Reiter falsch ist oder halt was anderes spawnt, dann ist schon... ...alles kaputt. Alles kaputt, aber wir hatten Glück. Aber wir hatten Glück. Also alles gut. Und wir one-hitten jetzt einfach alles, sobald das einmal aufgeladen ist. Aua! Oh! So! Gut, wo war der Boss? Da unten. Aua! 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 Diese Shield of Tears! Ich hasse euch! Aua! Okay, scheinbar ist irgendwo noch ein Gegner? Die Frage ist nur, wo? Da ist auch noch einer. Aua! Aua! Wir werden uns... Ja, nein. Wir sterben gleich noch. Wegen unserer blöden Shield of Tears. Die sind echt nervig. Ach, wir können ja fliegen. Okay, cool. Aber ansonsten machen wir echt guten Schaden. Hier. Schauen wir mal, wie viel Schaden der Super Meat Boy macht, wenn er denn schnell genug wäre. Hm. Okay, wir helfen ihnen ein wenig. So, hallo, Atlis. Tschüss. Tschüss, Atlis. War eine schöne Zeit mit dir. Aber ich muss dich jetzt leider verlassen. Okay, die Folge heute wird nicht lange gehen. Wie es scheint. Kathedrale. Und wir haben ganz schön viele Leben verloren. Aber macht uns nichts. Wow. So, Boss ist da oben. Das heißt, wir werden da einfach mal ganz schnell hingehen. Ja, unser Schaden ist halt voll. Und wir machen jetzt einfach öfters vollen Schaden. Oh, das ist so geil. Diese Kombo. Die habe ich mir so lange gewünscht. Und jetzt habe ich sie. Yay. Nice. Da war ein blauer Stein. Ich will den blauen Stein. Moment. Ich brauche den blauen Stein. Danke. Gut, 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 gut. Zwar nichts neues freigeschalten bisher, aber dafür eine Errungenschaft bekommen. Passt also auch. Und das war ja auch nur mein Hauptziel. Also von daher. So, da bin ich mal gespannt, wie schnell Isaac stirbt. Okay, schon mal in seiner zweiten Form. Wird nur einmal getroffen. Okay, wir brauchen anscheinend drei Hits, damit das stirbt. Au. Ja, gut, hätten seine Tränen das nicht abgefangen, dann wäre er wahrscheinlich wirklich tot. Naja, vier Hits für Isaac. Ich glaube, das ist okay. Also viermal schießen. Waren natürlich mehr Hits. So. Curse of the Blind. Ja, ganz toll. Gut, müssen wir alles mitnehmen. Dead Onion. Plop. Bob's Curse. Spider Bite. Gut, können wir sowieso nicht rerollen. Also, wir hätten sowieso nichts damit machen können. Wie groß die einfach sind, das ist so lächerlich. Oh Gott, nein, wir sind zu langsam. Oh Mann. Was, der Pretty Fly? Ne, was? Bombsack hier. Hä? War das Bombsack hier? Keine Ahnung, du hast es nicht richtig gelesen. So, Dead Onion macht doch eigentlich Steam Sale. Hatten wir Steam Sale nicht schon? Äh, wow. Au. Okay, wir werden ganz schön viele Leben verlieren. Der Boss ist da unten. Warum gehe ich hier lang? Vielleicht um Item zu finden. Ich weiß es nicht so genau. Game Kit, okay. Oh, endlich. Wir können auch Cage mit einem Hit besiegen. Oh, nice. So lobe ich mir das. Und der Meat Boy, der grinst einfach vor sich hin. Yay. Du hast mich befreit. Du hast mich erstellt. Hallo, Meister. Da. Er freut sich einfach nur, dass er lebt. Bei Gürdi startet man irgendwie mal unten. Egal aus welcher Richtung man reinkommt. Das ist sehr, sehr irritierend. Im ersten Moment. So. Ist mir egal. Tut mir halt weh. Wow. Okay, guck mal, Bob Spray ihn. Lol. Ich kann diese Dinger kaputt machen. Und das ist nicht mehr der richtige Weg. Ich glaub's ja nicht. Los, Bob Spray ihn. Danke. 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 Puh, puh, puh. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Puh, pau. Nee, nee, nein, nein. Ich werd's nicht mehr aktivieren diesmal. Sonst werdet ihr... Sonst habt ihr wieder alle Albträume. Und das will ich. Das will ich, doch. Das will ich. Okay, ich setze es ein. Hab mich überredet. Einmal für euch. Yay. Iiii. Oh mein Gott. So, hallo. Tschüss. Tschüss. Na, lass dir meine Kiste da. Nee, aber ein rotes Herz. Dann können wir wenigstens einmal öfters getroffen werden. Und dann... Epic Fetus? Nein! Nein! Unsere schöne Kombo. Oh nein, ich will Epic Fetus nicht. Oh man. Unsere schöne Kombo ist weg. Toll. Toll. Jetzt bringt Monstros Lunge nix mehr und... Oh. Okay. Was auch immer. Gut, wir machen nochmal den Mega Satan, weil wir da so lange nicht mehr waren. Und ich glaube unser Schaden ist recht, recht gut. So wie ich das eben gesehen habe. Oh. Wir müssen nur hier irgendwie rauskommen. Verschlüssel. Das ist hier ja ein Geheimraum. Das heißt... Wir können hier auf jeden Fall... auch ein Item finden, das wir noch überhaupt nicht hatten. So well, okay. So well. Okay. Sure, okay. Leider nicht. Dafür aber die satanische Bibel. Unser Schaden ist mehr als extrem. Wow. Anscheinend bringt Monstros Lunge doch was mit Epic Fetus, oder? Oder wo kommt der ganze Schaden her? Naja, egal. Die Tür steht uns zumindest offen. Und wir haben hier aber noch ein paar Räume. Die werden wir davor noch kurz machen. Da ist die Tür offen. Und stehen alle Türen offen. So. Das sollte der letzte Raum sein. Ja. Pam. Einfach One-Hit. Warum nicht? Und lässt uns noch eine... Nein, aber dafür leben. Okay. Gut. Dann. Hallo. Mega-Satan. Ist klar. Wir One-Hitten einfach alles. Das ist ein kleiner Mini-Boss-Wasch hier. Immer gegen Mega-Satan. Ist klar. One-Hit und tot. Alter. So. Ich mach den jetzt einfach nur, weil wir halt mega stark sind. Und weil ich die letzte Sequenz nochmal sehen möchte, weil die einfach so mega cool ist. Au. Okay. Wie viele kommen denn da noch? Ich will ihn noch einmal angreifen. Dann ist er glaube ich tot. Ja. Jetzt kommt die zweite Form. Ah ne. Jetzt kommen erst mal die Viecher. Okay. Ist uns auch egal. So. Jetzt kommt noch die weiße Form. Bist du Celeb, ja? Du bist Mega-Satan. Wie? In der weißen Form musste ich ihn zweimal treffen. Habt ihr das gesehen? Und ich finde diese Sequenz einfach so geil. Ja. Ich mag das. So. Okay. Dann haben wir jetzt also auch einen Super Meatball hergestellt. Das ist Duel. Das ist super. Dann fehlt uns noch der grüne Pilz. Missing No. Gotthead. Maggies Bow. Wofür wir noch. Ne. Maggies Bow fehlt uns noch. Und Super Bandage. Dafür. Dafür brauchen wir noch vier Bälle der Bandagen. Und dann fehlt uns noch der grüne Pilz. Wofür wir noch. Quasi dasselbe Prozedere wie jetzt. Nur halt mit Bandage Girl. Den anderen Weg also. Und nicht mit Super Meatball. Und ja. 40 Minuten. Immerhin mal eine Folge, die keine Stunde geht. Yay. Obwohl wir Isaac gespielt haben. Was uns aber nicht lange was gebracht hat. War halt nur für den Anfang, damit ich das Book of Revelation schneller finde. Jaja. Gut. Dann bedanke ich mich aber trotzdem erstmal recht herzlich für... Liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 1